Ja, und wer einen Garten hat, der hat sie ganz bestimmt auch gerade bei sich zu Hause. Es ist irgendwie ein Wespenjahr, kommt mir vor. So viele wie heuer hat es selten gegeben. Wir wollen sie aber nicht gleich töten. Wir sind ja gute Menschen. Nein, wir wollen sie zuerst einmal loswerden. Und wie man das macht, das erzählt uns einer, die wirklich vom Fachheiskammerjägerin Marianne Jäger. Dankeschön fürs Kommen. Wollen wir uns überhaupt darüber unterhalten, was ist der Unterschied zwischen einer Wespe, einer Biene und Hornisse? Sie können alle zur gleichen Familie. Allerdings, die Bienen sind die nur guten. Die wollen wir. Die wollen wir aber zum Niederknie, nicht? Die Hornissen sind eigentlich auch die guten. Weil die fressen uns all die Gelsen und Wespen und anderen Minkeln weg. Und zwar bis zu zwei Kilo am Tag. Also da geht schon was weiter. Die sind wirklich gut. Die Wespen, da gibt es halt so welche, die nicht so auffällig sind oder uns nicht so stören. Und da gibt es welche, die halt bei 10.000 Stück uns dann schon sehr belästigen. Hast du 10.000 gesagt? Ja, ja, da kann in einem Nest bis zu 10.000 drinnen sein. Das ist schon, das ist auch schon groß. Also das sind ja nicht mehr so kleine Dingelchen, sondern das ist relativ groß. Und die wollen wir uns gleich kümmern. Zuerst schauen wir uns einmal anhand dieses Phantombilds einmal den Unterschied an. Das ist die Wespe, das ist die Hornisse. Das erkennt man sehr leicht. Die Hornisse ist eher so braun. Am Vorderteil eher braun. Die Wespen tatsächlich die gelb-schwarz gestreiften. Irgendeine liebt mich gerade. Die weiß, dass ich von mir rede. Dann zeig mal, was du kannst. Sie ist bei deinem Öhrchen. Jetzt ist sie weg. Die wird sterben bei mir. Leg dich niemals mit einer Kammerjägerin an, meine Liebe. Ganz fatal. Die Guten, die Bösen. Ja, das haben wir geklärt. Also wir reden einmal ganz kurz von den Guten, die Hornissen. Ein Hornissen-Nest? Das ist ein Hornissen-Nest, habe ich euch extra mitgebracht. Das werden wir jetzt ein bisschen zerstören. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Oh ja. Mal anschauen. Woran erkenne ich jetzt den Unterschied, dass es ein Hornissen-Nest und kein Wespen-Nest ist? Wenn du dir die Waben anschaust, wenn sie beide nebeneinander legen. Ja. Die Waben einer Hornisse, die Wabe einer Wespe. Ja. Also schon sehr eindeutig. Muss ich mal nahe hin? Einerseits. Andererseits sind die Hornissen mindestens doppelt so groß. Ja. Und haben auch einen ganz anderen Sound beim Fliegen. Wie geht der? Das wäre ein kleiner Kampfbomber. Richtig ordentlich. Wie klingt die Wespe? Fast wie Gösse. Kannst du das nochmal machen? Nein. Nein, das war es schon. Die Hornissen in diesem Staat, also das ist schon eigentlich ein sehr großes Nest. Ja. Es leben bei den Hornissen ungefähr nur so plus minus 500 drinnen. Manchmal bis zu 800, aber nicht wahnsinnig viel mehr. Und bauen ihre Waben so in so Etagen. Das schauen wir uns jetzt ganz kurz an. Ja, die kommt wirklich zu mir. Das wüssten Sie, dass über Sie sprechen. Man sieht auch, dass das sehr stabil ist. Lässt sich gar nicht so wahnsinnig leicht mördern. Boom. So schaut dann so eine Wabe aus. Die war jetzt so auf dem Deckel so drauf. Die Jungen sitzen so von unten rein. Also die hängen kopfüber da drinnen. Und ja, es braucht ungefähr einen Sommer, bis so ein großes Nest entsteht. Und eine Minute, bis Marianne Jäger es wieder zerstört hat. So, wir wollen uns hier natürlich, sehr interessant, wir wollen natürlich auch wissen, über die Wespen lose. Erst gar nicht bekommen. Gibt es da irgendwelche Mittel? Ja, man kann natürlich Wespenfallen aufstellen. Das sind so verschiedene Töpfchen oder so diese Schüssel, wo man so die Flüssigkeit reingeben kann. Darf ich das hochheben? Ja, das gibt es hoch. Und da fliegt sie von unten rein. So, mein Finger ist jetzt die Wespe. Ja, und dann fliegt sie plums. Da drinnen ist jetzt dann das Lockmittel und dann das Aufziehen. Okay. Bei dem ist es einfach nur die Löcher, wo sie reinfällt und dort nicht mehr rauskommt. Da kommt das Mittel rein und dann das Aufziehen. Also das geht schon. Ein sehr nettes Abwehrmittel ist genau hinter dir. Das ist ein Vespinator. Ah, ja. Da glaubt die Wespe, die zwar fantastisch riechen kann, aber ganz, ganz schlecht sieht, im letzten Augenblick, so auf die letzten anderthalb bis zwei Meter, da ist sie so ein Hornissenest. Also man sieht, sie könnte so ähnlich aussehen. Nein, und da biegt sie ab. Das heißt, mit sowas kann man richtig seinen Tisch, dort wo man essen will, wespenfrei halten. Ich würde gerade fragen, wo hänge ich denn das hin? Irgendwo im Garten oder dort, wo ich mich die meiste Zeit aufhalte? Nein, eigentlich sogar über das Essen. Also wenn das der Tisch ist und ich habe einen Sonnenschirm drüber, in den Schirm hinein. Oder dort, wo man Eis isst, in den Schirm hinein. Und das funktioniert wirklich? Das funktioniert, ja, weil sie kommen wirklich, sie riechen ja das Eis, die Wurstsemmel oder was auch immer. Kommen angeflogen nicht und sind, oh Gott, ein Hornissenest. Ah ja. Und weg sind sie, weg sind sie. Da hast du die chemische Keule mit auch noch. Natürlich, ich bin der Profi, ich tue auch Wespennester entfernen oder umbringen. Man kann sie stauben, das ist eine Möglichkeit. Man kann sie natürlich auch mit einem Spray behandeln. Was mache ich da mit, wenn die auf die Schuhe fliegt? Ja, du, nicht, ich schon. Man kann, also das ist jetzt nur die Herzeg-Variante. Aha, na schön, ja was. Man kann sie stauben, wie um es halt geht. So was habe ich immer links in der Hand, egal was ich tue. Weil wenn die Wespen sehr nervös werden und ich das jetzt irgendwie sie am Nerv treffe und sie in meine Richtung fliegen, will ich das also gar nicht. Auch wenn ich sowas brav trage oder Handschuhe anhaben und natürlich auch lange Kleidung. Aber dann staube ich dann einfach so. Und dann fallen sie runter und ich kann weiterarbeiten. Ich möchte ja fertig arbeiten können. Das ist ein cooles Ding. Was kann man noch machen? Es gibt auch so Insekten-Schaums. Da muss man aber schon wieder näher dran. Also das ist jetzt eigentlich alles nichts mehr für den Laien, sondern das lassen wir eigentlich den Profis. Du, letzte Frage vielleicht. Hornissen, Bienen sind geschützt, oder? Die Bienen sind sowieso gestützt und auch die Hornissen sind in Österreich geschützt. Es gibt dann so ein bisschen einen Unterschied, zum Beispiel in der Steiermark kannst du das, wenn sie in oder am Haus ist, kann man sie umbringen. Allerdings nicht, wenn sie weiter entfernt ist. Also da gilt der Schutz sozusagen nur für die Natur, aber nicht, wenn sie im Haus ist. Was auch vernünftig ist, weil wenn das über dem Eingang hängt und es ist ein Kindergarten drunter, dann muss man sich halt was überlegen. Marianne, vielen Dank für deine Tipps. Wir wollen ja den Wespen nichts Böses, aber sie sollen sie in Ruhe lassen, gell? Genau. Deswegen versuchen wir sie auf natürliche Art und Weise loszuwerden. Damit gebe ich zurück zu meiner Kollegin mit der Wespenteilie. Das ist es sogar sehr. Vielen Dank.